Zwangsversteigerung, jahrzehntelang ausbremsen? So geht's. Wollen Ihnen Ihre Gläubiger Haus- und Hof wegnehmen? Erfahren Sie in diesem Ratgeber, wie Sie die Zwangsversteigerung ganz legal in die Länge ziehen können, sogar manchmal bis zu 30 Jahren und mehr. Schreiben Sie Ihre Widersacher in den Wahnsinn. Kochen Sie sie so lange weich, bis Sie die Zwangsversteigerung aufgeben und Sie sich mit ihnen vergleichen. Oder bis Sie Ihre Immobilie freikaufen konnten, zu deutlich besseren Konditionen als bei einer Zwangsversteigerung. Holen Sie sich von Anfang an den genauen Durchblick, was in jeder Phase der Zwangsversteigerung auf Sie zukommt. Denn dieses Wissen ist Macht. Macht gegen die, die Ihnen ans Leder wollen. So werden praktisch Sie der Herr des Verfahrens. Ich gebe zu, allein das Wort Zwangsversteigerung löst Angst und Schrecken aus. Aber nur bei denen, die nicht wissen, wie und vor allem, dass Sie sich Ihrer Haut wehren können. Lassen Sie sich von mir gesagt sein, Sie müssen wirklich nur die richtigen Strategien einleiten, um die Zwangsversteigerung praktisch auf dem St. Nimmerleins Tag zu verschieben. Ich selbst habe für mein eigenes Immobilienobjekt auf diese Weise schon elf Jahre Verzögerung erwirkt. Ende offen. Einer meiner Kunden hatte mit den Methoden aus meinem Ratgeber inzwischen bereits sieben Jahre Friste sich herausgeholt. Und der Meister aller Zwangsversteigerungsklassen hat es bereits auf ungelogen 30 Jahre gebracht. Das Schöne daran ist, um diese grandiosen Erfolge zu erreichen, brauchen Sie kein Rechtsanwalt. Und erst recht keinen dieser dubiosen Berater, die nur Ihr Bestes wollen. Sie ahnen es, Ihr Geld. Nein, Sie können jeden Schritt selbst in die Wege leihen. Kostenlos. Denn dazu sind keinerlei juristischen Fachkenntnissen erforderlich. Die Schritte, um die Zwangsverschweigung quasi verhungern zu lassen, kann jedermann vollziehen. Auch Sie, so wusst wie. Schönen Sie sich den praxisnahen Ratgeber Rettung in der Zwangsverschweigung. Und schon haben Sie Ihre Widersacher auf die Verliererstraße geschickt. Kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher.